Stephanie hat zugeschlagen. Secret Picture 1, 2, 3, 4, 5. Dazu geht noch der Coverminder von Fussel und Fiene. Einmal der Ergostift mit dem Zweig. Der wunderschöne Glitzer-Petrol-Ergostift. Einmal das 6er-Set Metallaufsätze. Ein transparentes Schiffchen. Und ein Tini-Schnick-Schnack-Bürstchen. Hier ist der Fabian. Schnick-Schnick-Schnack-Bürstchen. Leier drauf. Fertig, liebe Stefanie. Ich sage herzlichen Dank für deine Bestellung. Und Schnuckis, falls ihr meinen Shop noch nicht kennt, ihr findet ihn unter www.tini-schnick-schnack.de.